Wir kommen zu dieser Active Learning Einheit. Heute geht es um die Übung Konjugierende Stiege. Das dazu benötigte Material besteht aus mehreren Kärtchen, auf denen die Zahlen von 1 bis 6 aufgeschrieben sind. Zusätzlich steht auf jedem Kärtchen ein Personalpronom im ersten Fall. Auch ein Würfel wird zum Spielen benötigt. Einer der Übungsteilnehmer würfelt mit dem Würfel und der andere Übungsteilnehmer springt dann auf die jeweilige Stufe, die der gewürfelten Augenanzahl entspricht. Der würfelnde Teilnehmer nennt dann auch noch ein Verb und der springende Teilnehmer muss dieses dann einbauen. Am 3 laufen Er, sie, es, wird 6 gehen Sie gehen Eins, spazieren Ich spaziere Als Variation kann für leistungsstarke Schüler ein Wörterbuch hergenommen werden. Der andere Schüler sucht sich dann daraus ein Verb aus und der andere Schüler springt dann alle Stufen durch und konjugiert eben dieses Verb. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat diese Übung gefallen.